Herzlich willkommen bei S21-Bau-TV. Heute nicht nur ein Blick auf den Bereich Südeingang, sondern auch darüber hinaus auf die Containerburg um K8 herum. Die ersten Querträger sind installiert und weitere werden gerade noch. Jetzt wird es ein bisschen ruckelig. Die ersten Querträger sind. Ja, hat es ein bisschen gewackelt. Musste mal auf die Uhr schauen, denn es geht gleich weiter. Der Rössliweg steht heute an. Das Video von der Rössliwegwanderung kommt dann auf Rosenstein-TV. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!